Also ich habe das Gefühl, wenn man anfängt in der Gastro, sich irgendwo in diesem Riesaquarium mit Hei und kleinen Goldfischen herumtummeln und die Möglichkeit hat, sich dort zu bewerben, ist schon auch etwas, ein bisschen ein Reiterschlag und man kann sagen, ihr habt es geschafft, irgendwo da zu sein oder allein schon nominiert zu sein, unbedingt für jedes Gastro-Unternehmen.